Hi, ich war gerade wieder bei Kaufland einkaufen und ich zeige euch mal wieder was alles mit kam. Heute wieder ein ganz normaler Food Haul. Hoffe ich, nicht dass ich wieder irgendwas lösche. Einmal kam die Cooler Light mit für 39 Cent. Einmal kam die Bergische Salami mit, kostet 3,49. Einmal ist der Kochschinken im Angebot, kostet 88 Cent. Wir wollen heute Schinkennugel machen, habe ich mir zumindest gedacht, also ich entscheide mich nochmal um. Dann kam einmal ein Wacholder Bauch mit, der kostet 2,99. Dann einmal ein Schokodrink, 49 Cent, der kam zweimal mit, aber keine Ahnung wo. Eine Milch, 61 Cent. Landjäger kamen mit, 1,29. Ringelwürmer kamen mit, für 53 Cent. Am Sonntag sind wir auf dem Geburtstag, dem Kindergeburtstag eingeladen und ich muss einen Kuchen dafür machen und es sollten eigentlich, ich habe Fische gesucht, Fischgummibärchen, aber ich habe keine Fischgummibärchen gefunden. Also ich mache einen blauen Kuchen und aber jetzt werden es halt Würmer. Ist ja auch wurscht, oder? Ich habe mir gedacht, ich stecke die da so rein, dass die so aus dem Kuchen rauskommen. Mal schauen. Schoketten sind im Angebot, für 55 Cent. Die kenne ich auch noch nicht. Schoketten eher, als wenn es so Luftschokolade ist. Ich finde so Luftschokolade eh voll geil. Ich bin mal gespannt, wie die von Schoketten schmeckt. Nude Star kam wieder mit, 1,15 Euro. Pringels kam mit, sind im Angebot, für 1,29 Euro. Crazy Wolf kam natürlich wieder mit, also der Energy Drink für 25 Cent. Da kam jetzt auch mehrere mit. Carvanossica mit, für 1,99 Euro. Wundert es euch nicht. Es kommen ganz viele Sachen, wo viel Fett bzw. viel Kalorien haben. Das sind jetzt nicht für mich, aber mein Mann macht gerade eine Ernährungsumstellung und der muss 3.000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach. Also ich habe ja schon oft versucht, weniger Kalorien zu nehmen, aber mehr Kalorien. Also am Ende des Tages muss man immer noch gucken, was er jetzt isst, damit er auf seine 3.000 Kalorien kommt. Also deswegen habe ich jetzt immer geguckt, wie viel hat so viele Kalorien. Zum Beispiel bei der Carvanossi haben 100 Gramm 326 Kalorien. Das ist ja schon mal gut, weil die Packung hat 300 Gramm. Also eine wird er auf jeden Fall schaffen. Da hat er schon mal wieder ein bisschen Kalorien. Und dann noch Weißbrot dazu. Das hat nämlich auch viele Kalorien. Das macht er jetzt schon seit zwei Tagen und das ist vielleicht gar nicht so einfach. Also auf 3.000 Kalorien zu kommen. Was man da in sich reinschaufeln muss. Fressorgie. Und der platzt bald, glaube ich. Aber ich glaube, der Magen ist es halt einfach nicht gewohnt. Dann kann man einmal schmerksam damit. Ich esse es eben für meinen Kuchen. 65 Cent Schokotrink. Auch das kam mit, weil das auch ordentlich Kalorien hat. Das hat, ich sag's euch, 410 Kalorien. Das Ding. 410 Kalorien. Tja, er muss 3.000 Kalorien. Also wenn er drüber ist, ist das nicht so schlimm. Aber er muss minimal... Minimal? Minimal? Maximal? 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 3.000 Kalorien kriegen. Zusammen kriegen am Tag. Milch kann mit. 61 Cent. Aber habe ich doch schon gezeigt. Und nochmal den Milch kann mit. 61 Cent. Salamis kommen mit. Die Minis. Die gebe ich ganz gerne so mit in die Kindergartenbox. 1,99. So. So Schokolinsen. Auch die habe ich mir gedacht. Zum Kuchen verziehen, dass ich dann mit den Linsen seinen Namen drauf schreibe. Also ich bin jetzt mal gespannt, ob ich das schön hinkriege. Lebensmögliche Farbe habe ich jetzt. Blau wird er eben. Ja, dann vielleicht mit Rot den Namen mit den Schokolinsen. Schauen wir mal. Tomatenketchup kann mit. 79 Cent. Ah. Ein Energy Drink. Nochmal einer. 25 Cent. Original polnische Krakauer ist im Angebot. Die schmeckt echt voll lecker. 79 Cent. Die Geflügeldinos sind im Angebot von Wiesenhofe. 1,99. Die essen meine Mädels voll gerne. Das gefälschte. Das gefälschte. Der gefälschte Fruchtswerk kann mit. Oder das Fruit Trio für 65 Cent. Kaffeetrauben für 99 Cent. Dann habe ich mir gedacht. Zu den Schinken-Nudeln gibt es heute noch einen knackigen Salat. Aber dass der Eisbergsalat stolze 1,49 gekostet hat, habe ich mir gedacht. Oder nehme ich lieber so eine Mischung. Dann ist es halt schon geschnitten. Dann hat man auch ein bisschen Karotte und ein anderer Salat dabei. Und das hat 89 Cent gekostet. Weil ich finde 1,49 für einen Eisbergsalat. Ein bisschen teuer. Die BB-Vitamilch kam wieder mit. Die kostet 3,45. Und auch diese Kombos kamen mit. Wegen Kalorien und so. Einer hat da nämlich... Was habe ich gelesen? 207 Kalorien. Das hat man ja mal schnell weg. Der kostet 59 Cent. Und die ohne Teig kosten 59 Cent. Das sind aber 2 Stück drin. Also 59 Cent. Eine Leona kam mit. 85 Cent. Dann noch meine Schlagsahne. Auch 65 Cent. 65 Cent. Eben für den Kuchen. Schinken-Nuggets kamen mit. Die tue ich immer mit dem Kochschinken und ein paar Nuggets davon in unsere Schinken-Nudeln rein. Das schmeckt so lecker. Dann noch ein bisschen Sahne dazu. Fertig. Vielleicht ein bisschen Brühe drüber. Für Geschmack Salz, Pfeffer. Und die sind so lecker, die Schinken-Nudeln. Ah ja, die sind auch im Angebot. 1,59. Pflanzenmargarine zum Backen kamen mit. Mit 75 Cent jeweils das Pötchen. Mandarinen gibt es jetzt. Ich habe ja letztens im letzten Foodhawk... Gibt es das? Nein, ich habe es nicht, weil ich das ja dann vergessen habe, mein Obst und Gemüse zu zeigen. Da habe ich ja probiert, wie sie schmecken. Und die schmecken echt schon gut. Man kann sie kaufen. Deswegen kam halt ein ganzes Netz mit für 1,99. Das ist mein Favorit. Gipferlstangen für 1,99. Und die schmecken so lecker. Leute, ihr müsst ihr probieren. Die sind so... Die sind echt lecker. Ich muss immer aufpassen, wie es nämlich die ganze Packung auf einmal ist. 1,59 Cent. Bäh. Ist denn da schon wieder Mehl oder so? Ähm... Salami kam mit für 1,89. Bierwurst kam mit... Muss ich mal gucken, wie viele Kalorien das hat. Pro 100 Gramm 269 Kalorien. Oh! Oh! Ähm... Ja, 85 Cent. Das kam mit Curry-Dingsbumsel da. Curry-Nachmache. Curry-King-Nachmache. 1,29 der Pott. Das kam auch nur mit, weil ich mir dachte, oh geil. 4,85 Kalorien. Also schon lustig, ne? Also normalerweise achtet man ja darauf, wenig Kalorien zu sich zu nehmen. Ähm... Sahnefest kam mit zu meinem Kuchen. 35 Cent. Nochmal so ein Kombotein. 59 Cent. Mehl auch zum Backen. 35 Cent. Das läuft hier aus, das Mehl. Nochmal Energy Drink. Auch so ein Energy Drink hat 100 Kalorien, ne? Sehr gut. 25 Cent. Hab ich ja schon mehrmals erwähnt. Kartoffeln kamen mit. Meine Kartoffeln aus dem Garten sind zu Ende gegangen. Also wir essen wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne Kartoffeln. Ja, nächstes Jahr muss ich definitiv mehr Kartoffeln einpflanzen. Die waren so lecker. Die waren... Ach. Ja, jetzt kam sie wieder mit. Aus dem Laden. 1,49. Ähm... 25 Cent. Ja. Das ist ja jetzt schon mal aufwendig. Oh! Dann kam ein Brot mit. Das war auf 50% reduziert. Für 49 Cent. Ich habe ein Rüste Kalisbrot. Gurke. 99 Cent. Also der Gurkenpreis schwankt immer zwischen 1,49 und 99 und 1,29. Heute war 99 Cent. Wenn man bedenkt, dass die ja im Sommer 29 Cent kosten, ist das schon heftig. Eier kamen mit für 1,29. Auch zum Backen. Bananen auch zum Backen. Und zum Sohessen. Aber wir haben eigentlich noch viele Bananen. Wir haben auch Äpfel und Orangen. Und... Was haben wir noch? Birnen haben wir noch. Kiwis haben wir noch. Also... Nicht, dass wir jemand wieder sagt, wir essen kein Obst und Gemüse. Paprika haben wir im Garten. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es doof, wenn ich mich immer rechtfertigen muss. Aber wenn ich dann so Kommentare kriege, wie... Oh, ihr ernährt euch so ungesund und so. Also wir ernähren uns bestimmt nicht. Wir sind bestimmt nicht die Gesundesten. Ähm... Aber wir sind bestimmt auch nicht die Ungesündesten. Ähm... 1,09 Euro das Kilo. Hab schon gesagt. Frisch-Eiwaffeln kamen mit für 85 Cent. Auch Backbrillchen kamen wieder mit für 39 Cent. Bunte gekochte Eier. 1,19 Euro. Die essen wir einfach voll gern so zwischendrin oder zur Brotzeit. Also wir essen ja wahnsinnig gern Froszeit. Gesalzene Butter kamen wieder mit. Da gab es diesmal jetzt keine Markenbutter, wo im Angebot ist. Deswegen kam die Eigenmarke von Kaufland mit. Classic. Die kostet 1,75 Euro. Nochmal ein Bull. Korean Fresh kamen mit, weil ich... Morgen... Oder übermorgen Pellemini machen will. Ähm... Das sind so russische Teigtaschen. Also wie Ravioli in Deutschland. Ein bisschen anders. Und dann schmeckt das mit Schmand und ein bisschen Ketchup voll gut. Alter, das ist halt Teigtasche und Hackfleisch innen drin. Also Vira Bini. Und dann habe ich die entdeckt. Kennt ihr die noch aus eurer Kindheit? Also ich auch. Also ich kenne die aus meiner Kindheit. Und da dachte ich mir ja Traubenzucker. So zum Maschen ist das doch voll gut. 75 Cent hat das Paket mit 8 Stück gekostet. Genau. Ja. Das war auch wieder mein Food Haul. Ausgegeben habe ich insgesamt 62,35 Euro. Ja. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Über den Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und über ein Abo auch. Und jetzt glaube ich, lasse ich das so im Hintergrund noch laufen. Wie ich da so einräume. Falls es jemanden interessiert. So als Abschluss. Und wenn euch das nicht interessiert, dann teilt ab. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.